Trägst du viel Schwarz in die Arbeit? In der Geschäftswelt musst du natürlich kompetent rüberkommen. Aber warum ist kompetent immer langweilig und farblos? Mit Frisur, Farbe und Accessoires kannst du deine Weiblichkeit unterstreichen. Schwarz ist auch keine Universalfarbe und passt auch nicht zu allem, wie viele glauben. Schwarz macht nicht unbedingt schlanker. Schwarz war früher für das Arbeiterfolg gedacht und für die Trauer. Du kannst mit Farbe deine und die Stimmung deines Gegenübers beeinflussen. Du kannst mit Farbe ein Image kreieren, das dir bei deiner Karriere hilft und dich weiblich unkompetent aussehen lässt. Meine Hilfe findest du auf dressedforlove.de und dressedforlove auf Instagram. Ich freue mich drauf.